In diesem Video sprechen wir über Autismus-Spektrumstörungen und LGBTQ bzw. Geschlechtsdysphorie, Transgender und sexuelle Orientierung. Das ist natürlich ein Thema, das medial momentan stark frequentiert wird und das ist ein Thema, welches die Gemüter wirklich spalten kann. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die sagen, hey, das Thema Autismus und LGBTQ hat noch viel zu wenig Aufmerksamkeit und das sind auch Leute, die mir vielleicht böse sein werden, dass ich selber trotz des Themas Gender bzw. Geschlecht selber keine genderneutrale Sprache in diesem Video verwende. Naja und auf der anderen Seite wird es Leute geben, welche sagen, dieses Thema wird medial so hochgekocht und die mir auch böse dafür sind, dass ich jetzt auch noch ein Video zu diesem Thema mache. Ja, meine persönliche Ansicht, da möchte ich ganz transparent sein, ist auch die, dass dieses Thema medial relativ hochgekocht bzw. gehypt wird. Aber das bedeutet für mich nicht, dass ich nicht selber nichts dazu mache. Es ist für mich vielmehr ein Ansporn, selber sachlich, fachlich korrekte Informationen bereitzustellen, an denen man sich dann orientieren und informieren kann. Ja, denn wenn wir ganz ehrlich sind, vieles von dem, was wir auf TikTok, Instagram und natürlich auch auf anderen YouTube-Kanälen zu diesem Thema zu sehen bekommen, ist nicht sachlich faktisch immer korrekt bzw. teilweise sehr weit entfernt davon, wissenschaftlich zu sein. Ja und da kommen wir auch gleich dazu, was eigentlich die wissenschaftliche Grundlage für dieses Video ist. Und zwar wurde mir von Lena Herrmann vor, ja, zwei Wochen ein Artikel für meine Internetseite Autismus-Spektrum-Info zur Verfügung gestellt, welcher, ja, und für diesen Artikel bin ich sehr dankbar, auf Anfrage von mir dieses ganze Thema Autismus, Geschlechtsdysphorie, Transsexualität, sexuelle Orientierung mal einmal wissenschaftlich bearbeitet wurde. Und im Vordergrund stand für mich die Frage, und die wurde auch sehr gut beantwortet, warum eigentlich das Thema LGBTQ im Hinblick auf Autismus so wichtig zu sein scheint. Das heißt also, die Grundlage bzw. ja, die Quelle für praktisch all das, was ich in diesem Video sage, ist dieser Artikel. Den Artikel habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Für jede in dem Artikel getätigten Aussagen finden sich natürlich die wissenschaftlichen Quellen in diesem Artikel und für diejenigen, denen das, ja, denen die genderneutrale Sprache sehr wichtig ist. Dieser Artikel ist auch gegendert. Ja, verlieren wir aber nicht weiter viel Zeit und gehen gleich rein in das Thema Autismus bzw., ja, Autismus und LGBTQ bzw. Transgender, Geschlechtsdysphorie und sexuelle Orientierung. Es ist nun einmal so, dass Geschlechtsdysphorie in der allgemeinen Bevölkerung mit ca. 0,0046% Häufigkeit vorkommt. Allerdings bis zu 0,02% aller Menschen im Autismus-Spektrum sind von Geschlechtsdysphorie betroffen. Und, auch ganz wichtig, ca. 3-26% aller Menschen mit einer vordergründigen Diagnose der Geschlechtsdysphorie erfüllen zusätzlich die Kriterien für Autismus. Ja, was ist überhaupt eine Geschlechtsdysphorie? Jetzt werfe ich hier mit diesem Begriff schon so lange um mich. Die Nicht-Übereinstimmung von Geschlechtsidentität und zugewiesenen Geschlecht bei transgeschlechtlichen Personen wird als Geschlechtsinkongruenz bezeichnet. Geht dieser Zustand mit einem klinischen Leidensdruck einher, dann spricht man wiederum im klinischen Kontext von einer Geschlechtsdysphorie. Ja, das heißt im Klartext und ganz salopp formuliert. Jemand, der auf die Welt kommt und dort das Zuweisungsgeschlecht weiblich bekommt, sich allerdings als Mann fühlt, sich das für diese Person herausstellt, häufig schon, ganz ganz häufig schon in der frühen Kindheit, der hat eben diese Geschlechtsinkongruenz, beziehungsweise wenn sie darunter leidet, eben eine Geschlechtsdysphorie. Übrigens, und das möchte ich hier auch noch sagen, Menschen, die mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, weiblich oder männlich, übereinstimmen, nennt man Cis-Personen beziehungsweise Cis-Männer und Cis-Frauen. Das heißt, Cis-Mann oder Cis-Frau ist eigentlich kein abwertender Begriff, auch wenn das häufig leider in diesem Kontext in den sozialen Medien so verwendet wird. Aber da sind wir natürlich auf diesem YouTube-Kanal weit entfernt von, sage ich als Cis-Mann. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum haben so viel mehr Menschen mit Autismus auch eine Geschlechtsdysphorie, beziehungsweise warum sind so viele Menschen mit Geschlechtsdysphorie Autisten? Dafür muss es doch irgendeinen Grund geben. Ist das tatsächlich alles nur Mode? Ist das tatsächlich nur ein Hype? Oder können wir das tatsächlich irgendwie objektivieren? Dazu gibt es verschiedene Theorien. Es gibt biologische Theorien, es gibt psychologische Theorien und es gibt soziologische Theorien. Biologische Theorien. Das heißt, es gibt eine biologische oder man nimmt an, es gäbe eine biologische Grundlage dafür. Ja, Autismus hat ja auch eine biologische Grundlage, nämlich eben, dass das Gehirn von Autisten anders verdrahtet ist. Und genau so, zumindestens ist das der aktuelle Wissensstand, gibt es auch biologische Grundlagen dafür, dass jemand geschlechtsdysphorisch ist. Und somit können wir natürlich davon ausgehen, dass es eventuell gemeinsame biologische Grundlagen von Autismus und Geschlechtsdysphorie gibt und deswegen Geschlechtsdysphorie ganz besonders häufig bei Autisten vorkommt und umgekehrt. So geht aus ersten wenigen Studien hervor, dass zum Beispiel ein erhöhtes Geburtsgewicht sowohl mit Geschlechtsdysphorie beziehungsweise Transgeschlechtlichkeit als auch mit Autismus einhergeht. Psychologische Theorien. Bei den psychologischen Theorien, ja, das ist etwas komplizierter. Da muss ich gleich noch ein oder zwei Relativierungen hinten anhängen, die allerdings auch von Lena Herrmann in ihrem Artikel getätigt wurden. Und zwar wissen wir ja alle, dass es bei Autisten ganz, ganz häufig bestimmte sensorische Auffälligkeiten gibt, Wahrnehmungsbesonderheiten gibt und es ist ganz, ganz typisch für Autisten, dass Autisten bestimmte sensorische Präferenzen haben. Zum Beispiel für die Konsistenz bestimmter Speisen, dass Autisten das faszinierend finden können, wenn zum Beispiel Oberflächen schimmern oder glitzern und dass Autisten stundenlang vor einer Wasseroberfläche, vor einem See oder einem Fluss sitzen können und sich einfach nur die schillernde Wasseroberfläche ansehen können. Tja, und bei diesen psychologischen Theorien wird unter anderem davon ausgegangen, dass gerade männliche Autisten auch eine Präferenz haben für, ja, zum Beispiel glitzernde Materialien, ähm, schimmernde Materialien, ähm, lange Haare, dass sie das sensorisch interessant finden und ja, diese glitzernde, schimmernde Kleidung zum Beispiel und lange Haare, dass das gesellschaftlich gesehen halt eher mit Frauen assoziiert wird, mit dem weiblichen Geschlecht assoziiert wird und dass deswegen viele, gerade männliche Autisten, eine Tendenz dazu haben oder eine bestimmte Neigung dazu haben, sich weiblich zu geben, sich entsprechend zu kleiden und so weiter und so fort. Ja, einschränkend muss man hier sagen und das sagt auch Lena Herrmann in ihrem Artikel, dass das natürlich außer Acht lässt. Das sind ja alles nur Theorien, das müssen wir hier hervorheben, dass das natürlich außer Acht lässt, dass Menschen, die, ähm, eine Geschlechtsdysphorie haben, eine, ja, eine, wie soll ich das sagen, eine, ähm, ja, eine tiefe innere Übereinstimmung, eine tiefe, wirklich tiefsitzende innere Übereinstimmung mit eben dem anderen Geschlecht haben. Das ist nicht nur eigentlich so eine oberflächliche Sache. Ja, da hat jemand sensorische Präferenzen für bestimmte Kleider oder lange Haare, whatever. Das muss man hier ganz klar einschränkend sagen. Ja, und dann gibt es noch soziologische Theorien. Autisten, und das ist etwas, was ich auch schon in vergangenen Videos immer wieder angemahnt, muss man ja schon fast sagen. Und das ist eventuell auch ein Puzzlestück, welches zum Verständnis dafür dient, dass eben das Thema LGBTQ gerade unter Autisten auch Hype ist, dass das ein Modethema ist, dass Autisten häufig eben ein vermindertes Bewusstsein für soziale Rollenbilder und Normen haben. Ja, und da könnte es sein, dass das natürlich das innere oder äußere Bekenntnis und somit natürlich auch überhaupt in der Folge erst die diagnostische Erfassbarkeit von Transgeschlechtlichkeit erhöht. Ja, das ist also, ja, dass eben Autisten, weil sie soziale Rollenbilder und Normen nicht so gut verstehen, wahrnehmen, voneinander abgrenzen können, eher von ihrem, ja, wie soll ich das sagen, sich auch gar nicht durch die Gesellschaft so sehr in diese Rollenbilder pressen lassen und sich auch gar nicht einfügen wollen. Und es ihnen deswegen sehr, sehr viel leichter fällt, wenn sie eventuell eine Geschlechtsdysphorie haben, wenn sie eventuell transgeschlechtlich sind, dazu auch zu stehen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es auch einen gewissen sozialen Druck gibt. Zum Beispiel, wenn Geschlechtsdysphorie oder transgeschlechtliche Menschen verächtlich gemacht werden, wenn man schlecht über diese Menschen spricht, selber bestimmte, ja, Impulse, Neigungen, Gedanken zu unterdrücken, sich einzureden, nein, nein, das kann doch gar nicht sein, du bist doch nicht Transgender, weil man eben keine Diskriminierung erfahren möchte und so weiter und so fort. Ja, und das ist da Autisten aus den eben genannten Gründen leichter fällt, dazu zu stehen und eben dieses innere und äußere Bekenntnis bzw. Coming Out zu vollziehen. Es ist eigentlich ein Allgemeinplatz, aber ich sage es trotzdem. Am wahrscheinlichsten ist es natürlich, dass für das gehäufte Auftreten von Geschlechtsdysphorie bzw. ja, Transgender im Hinblick auf Autismus mehrere Ursachen tatsächlich dafür verantwortlich sind. Das heißt, wahrscheinlich sind noch nicht alle Ursachen gefunden und von den gefundenen Ursachen spielen wahrscheinlich mehrere Faktoren ineinander. Ja, jetzt habe ich eingangs des Videos gesagt, dass wir hier auch über sexuelle Orientierung von Autisten sprechen wollen. Das heißt, was habe ich für Präferenzen im Hinblick auf das andere Geschlecht bzw. auch auf das gleiche Geschlecht oder gar kein Geschlecht. Dazu ganz, ganz kurz. Es ist sehr gut bekannt, dass autistische Menschen signifikant häufiger nicht heterosexuell sind. Das heißt, Autisten sind sehr viel häufiger entweder homosexuell, bisexuell oder auch asexuell. Und das führt natürlich auch dazu in der Summe all dessen, was ich in diesem Video gesagt habe und deswegen glaube ich, ist es Trend hin oder her wichtig, Aufklärung zu diesem Thema zu leisten und sei es auch nur für die vielleicht einigen wenigen Betroffenen. Führt das dazu, dass natürlich Menschen mit Autismus, die geschlechtsdysphorisch sind, die Transgender sind, die nicht heterosexuelle geschlechtliche Präferenzen, sexuelle Präferenzen haben, eventuell mehrfach diskriminiert werden aus der Gesellschaft. Denn sind wir ganz ehrlich, trotz aller Aufklärung wird Transgender noch verächtlich gemacht. Es gibt immer noch Leute, die Homosexualität zum Beispiel als verächtlich oder ekelhaft empfinden und so weiter und sofort. Ja, das ist ganz wichtig hier zu verstehen. Und ja, vielleicht noch einen Begriff hier zu verwenden. Man spricht, wenn jemand in mehrere Kategorien fällt, in welchen sie Diskriminierung aus der Gesellschaft erfahren, auch von der sogenannten Intersektionalität. Aber das betrifft nicht nur diese ganzen LGBTQ-Themen, das kann auch andere Dinge betreffen, wie zum Beispiel Behinderung. Ja, das kommt bei Autisten ja auch noch dazu. Oder finanzielle Armut innerhalb der Gesellschaft. Okay, das alles spielt da mit rein. Ja, ich hoffe, dass ich mit diesem Video ein bisschen wissenschaftlich fundierte und sachlich präsentierte Aufklärung zu diesem ganzen Reizthema Autismus und LGBTQ leisten konnte. Ja, warum ist denn das Thema LGBTQ gerade im Hinblick auf das Autismus-Spektrum so stark frequentiert? Und das nicht nur aufgrund eines voyeuristischen Medieninteresses der Medienhäuser, sondern schlicht und ergreifend auch aus den Betroffenen selber heraus. Wer sich den Artikel durchlesen möchte, wer großen Wert legt, sich das alles nochmal in Gendersprache, ja korrekt, gegendert Sprache reinzuziehen, den verweise ich nochmal auf den Artikel in der Videobeschreibung. Teilt gerne auch diesen Artikel, teilt gerne natürlich auch dieses Video. Wer mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchte, kann von Herzen gerne Kanalmitglied werden oder kann mir über den Super-Thanks-Button unter diesem Video auch eine Spende über YouTube zukommen lassen. Ansonsten lasst natürlich gerne ein Abo da. Jede Woche ein neues Video zum Thema Autismus. Ansonsten haltet die Horen steif. Lasst euch nicht diskriminieren. Und ich denke doch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich denke doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.